Es wird Zeit, Shinra den Po zu versohlen. Und dafür muss ich, glaube ich, in den siebten Himmel. Und das ist die falsche Richtung. Ah. Es gibt immer so ein paar Frauen, die schreien. Von denen dürft ihr euch nicht verunsichern lassen. Sky! Na? Also, gestern Abend haben wir ja ganz fleißig noch Katzen gesucht. Und Johnny aus der Stadt verbannt. Und ich glaube, jetzt wird es Zeit für ein bisschen mehr Main-Story. Cloud bekommt endlich Geld von Barret. Oder auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich Monster Hunter Stories 2 nicht spiele. Aber das ist mega lang. Das wollt ihr nicht. Was ich euch anbieten kann. Aber dass wir Yakuza Like a Dragon spielen. Das ist aber auch mega lang. Hm? Ich glaube, wir haben uns genug in der Stadt umgesehen, weil wir haben alle Sidequests gemacht, die es mir gegeben hat und wir haben Side Story mit Tifa in ihrem Apartment gehabt, falls ihr euch noch erinnert. Nein, es ist nichts passiert, sie ist nicht schwanger, alles wird gut. Aber ich glaube, wir können weitermachen. I think. Wir können uns aber auch noch ein bisschen tiefer angucken, das süße Ding. Booyah. Oh nein, ich habe ja gesagt. Oh, was habe ich getan? Das ist nicht, was ich wollte. Wisst ihr, die sind auch eigentlich nur 21, damit Tifa in der Bar arbeiten kann. Ich meine, okay, Marlene mit ihren fünf Jahren arbeitet auch in der Bar, wie wir gehört haben. Aber damit sie legal eine Bar haben kann. So nämlich. Bastard. Oh. Oh Ich habe das Gefühl, Barret ist ein bisschen laut, oder? Ich habe ihn mal ein bisschen eingedämmt. Mit Schreihals. Ah, jetzt ist Tifa wieder leise. Warte, es gibt Mal und Malin. Ja, wir können Male einfach Lilien nennen, dann passt es wieder. Ha. Die Frau stellt aber auch immer schwierige Fragen. Da mich die Technik aber schon wieder fertig macht, gib mir das Stärkste, was du hast, Schwester. Sieht aus wie Pippi. Was hat sie da gemischt? Versucht sie ihn gerade abzufüllen? Ich frage nur. So, so, Cosmo Canyon, ja. Sie hat Vorarbeit für Jessie geleistet. Sag die, die nicht mit Sprengstoff umgehen kann. Werde ich mal ganz vorsichtig. Immerhin sind wir wegen ihr gestern fast in die Luft geflogen. Mann, aber Cloud ist echt beliebt. Das ist ja richtig anstrengend. Die Mädels prügeln sich gleich um den. Mann, 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 Mann. Schlägerei. Darf ich denn auch darunter? Anscheinend, nee. Ich darf nicht mitspielen. Okay, gut. Dann suche ich mir halt noch eine Freundin. Oder auch nicht. Daraus darf ich auch nicht mehr. Dann mache ich mir noch einen Drink. Los geht's. Wenn tiefer das kann, kann das so schwer ja nicht sein. Kasse ausrauben können wir auch. Immerhin schuldet uns Barrett noch Geld. Ach stimmt, da war ja noch eine dritte im Bunde. Wir haben ja noch ein drittes Mädchen an der Hand. Hm. Ja, Jessie hat, glaube ich, die Tür abgeschlossen. Als sie reingekommen ist. Sie so, ja, wir haben jetzt hier geheime Teambesprechungen. Du kommst jetzt hier nicht raus. Aber mitmachen darfst du auch nicht. Weiß auch Bescheid. Was soll ich jetzt machen? Weiter die Blume angucken. Okay. Ja klar, die Blumenverkäuferin. Ich kann Pfeile werfen. Oh, stimmt, es gibt eine Dartscheibe. Ah ja. Narjin führt. Wow, ist die Jukebox laut. Tifa, Jessie, Johnny. Lillian. Wir nennen sie jetzt Lillian. Dann kommt das ja auch nicht zu einer Verwechslung. Barrett, Biggs, Finn, Nelly und Narjin. Finn und Nelly haben wir noch gar nicht kennengelernt. Aber das Wedge der Bestes glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass der gut in Darts ist. Ich bin's jedenfalls nicht. Das werden wir gleich sehen. Oh, eine Zeitbegrenzung auch noch. Oh je. Oh je, oh je. Na gut. Hohe Punktzahlen. Ja, Bullseye wäre super. Ich mache jetzt dreimal Bullseye. Los geht's. Äh, aha. Okay. Probieren wir es aus. Bevor sich Cloud zur Tode langweilt. Oh Gott. Er ist betrunken. Seht ihr das, wie er wackelt? Uh, Bullseye. Bullseye. Nice. Okay, das machen wir jetzt nochmal. Also. Ich habe zweimal Bullseye. Ich bin echt schlecht in Darts übrigens. Solltet ihr wissen. Aber mit einem besoffenen Cloud geht's anscheinend ganz okay. Ich glaube, jetzt ist er anders betrunken als vorher. Das ist nicht gut. Ich sollte vielleicht eine geheime Dart-Karriere starten. Ich habe nicht geübt, ich schwöre. Als ob. Okay, aber jetzt darf ich nicht nochmal. Äh. Das ist nicht ganz, wo ich hinwollte. Okay. Ich habe das Gefühl, ich soll hier reinschießen. Schade. Ähm. Mann, der Junge muss echt weniger saufen. Aber wirklich jetzt. Das ist schlimmer als Zack mit der Knarre. Ich schwöre. Okay, vielleicht versuchen wir es hier. Okay. Oh nein. Hey, das war voll gut, oder? Okay. 14 Würfe war vielleicht nicht so gut, aber... Ich habe hinten raus Angst bekommen. Kann ich das nochmal machen? Ach, sei doch nicht so, du alter Hammel. Hammelbammel. Nochmal. Also, du hast am Anfang... Wie viele Punkte haben wir? 301 Punkte. Und du musst mit so wenigen Würfen wie möglich auf 0 kommen. Schade. Sehr gut. Eigentlich musst du nur ruhig halten in der Mitte. Ist mit dem Besowski aber gar nicht so einfach. 60... Warte, wie mache ich 60 Punkte? Das Ding ist, wenn ich nur noch 40 Punkte habe, darf ich halt kein Bullseye mehr machen. Weil dann habe ich zu viele Punkte. Ne, das Bullseye sind doch nur 50 Punkte, dachte ich. Ups. Das war schlecht. Tifa hat ihn abgefüllt. Was soll ich machen? Ihr habt es alle gesehen. So, und wenn ich jetzt nochmal Bullseye treffe, ist es kacki. Ähm, hm. Ja, 11 Punkte ist jetzt echt nicht so gut. Oh, warte, es gibt eine 11. Na dann. Wie dramatisch, Mann. Wie viele Würfe waren das? Zehn. Okay, das ist in Ordnung. Oh nein, ich bin schlechter als Barret. Oh boy. Naja. Man kann nicht immer gewinnen. Dafür, dass ich im echten Leben echt schlecht in Dart bin, fand ich das okay. Ehre wiederhergestellt. Da gibt es aber bestimmt eine Trophy, wenn man auf den ersten Platz kommt. Möchte ich fast wetten. Wer von euch ist da süchtig und hat es ausprobiert? Außerdem hat Tifa mich besoffen gemacht. Und sie sieht nicht glücklich aus. Und jetzt macht sie sich selbst besoffen. Kein gutes Zeichen. Kaffee? Kaffee? Nein. Gin oder so. Und, hast du eine Trophy bekommen, Lex? Für Platz 1? Ja. Ich bin jetzt in Ordnung. Tschüss. Ich bin ausgerecht. Ich bin ausgerecht. Ey, die werfen mich raus. Und dafür haben sie mich jetzt warten lassen, mich dann rauszuwerfen. Oh, ein, 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 äh, Nachschool-Ding. Wie sehr sich das Spiel ändern würde, wenn Avalanche ihn einfach rausschmeißen würde. Alle stehen auf Cloud, ja. Barret am allermeisten, das ist vielleicht... Ich hab das Problem hier. Ich bin hier wohl nicht mehr erwünscht. Die sind nicht braun. Die sind rot. Sie hat rote Augen. Ach so, Jazzy. Ja, okay. Ich dachte tiefer. Was ist denn hier los? Habe ich aus Versehen Yakuza gestartet, statt für eine Fantasy 7? Ist das ein roter Schokobo auf ihren Jacken? Ja, ja, ja. Sieht schon ein bisschen so aus. Gab, gab eine Trophäe für Platz 1? Okay, sehr nice. Tiefa, schmiefa. Warte, was? Was ist denn da los? Aber ich dachte, Yuki ist Best Girl. Mh, glaub ich das mal. Jetzt gibt's Stress. Oh, siehst du. Oh, siehst du. Ich hab das Gefühl, die Musik ist ein bisschen lauf. Ich habe das Gefühl, die Musik ist ein bisschen lauf. Das ist die Musik im Kampf, aber auch immer so ausrastet, man. Ich verstehe ja, das sind große Jungs, aber... Ich würde mein Hörvermögen oder das, was davon übrig ist, gerne behalten. Oh nein, ich hab sie nicht analysiert. Moment mal. Ich darf ihn nicht töten. Warte kurz. So. Ich muss doch das Kind glücklich machen. Ist mir jetzt ein bisschen spät eingefallen, I know, aber... Ja, was könnte Shinra nur von Barret wollen? Ich weiß gar nicht. Ist ja nicht so, dass er eine Waffe als Arm hat und ständig rumschreit, wie kacke er Shinra findet. Kann ich mir gar nicht vorstellen, was die von ihm wollen. Ach, glaub ich nicht, Lex. Außer du hast auf schwer gespielt, dann vielleicht. Oh, hi. Da sind die Rehaugen. Also Jessie will ihn auf jeden Fall am härtesten hier. Hoch. Jetzt ist es was? Samenmaterial? Oh. 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 Was mag Cloud? Zag. Oh. Cloud macht Geld. Und Efreet. Uh. Shiva wäre mir lieber gewesen, aber okay. Erfolge sie. Sky. Beherrsch dich. Okay, heißen sie also wieder Esper. Ich finde es ein bisschen wild, dass sich das in jedem Spiel ändert, aber in Ordnung. Esper können nur im Kampf gegen spezifische Gegner heraufbeschworen werden. Okay. Mit Beschwörungsleiste. Das war... Nee, wobei, das war in Final Fantasy VIII, glaub ich, immer so. Okay. Haben wir denn so einen... Slot? Mhm. Sie will die ganze Nacht mit uns verbringen, Chat, habt ihr gehört? Die ganze Nacht. Oh, nice. Voll gut doch, dass sie so einen Extraslot haben. Ja, Jessie ist schon ein bisschen, also... Genau. Ich mach mal noch einen Nap, ne? Jessie weiß halt, was sie will, würde ich mal sagen. Mhm. Ist nicht so am Rumeiern wie Tifa. Äh. Hups. War das unhöflich? Vielleicht ein bisschen. So, Lady. Dann lass uns mal die Nacht miteinander verbringen. Ich hoffe. Ich hoffe. Werden wir jemals lösen? Ob er auf dem rechten Ohr auch einen Ohrring trägt. Da ist halt wirklich immer die Strähne davor. Du kannst es nicht sehen. Oh, ein Cloud für alle Fälle. Au, au, au. Hups. Oh, schon kapitte Fiat. Oh, schon kapitte Fiat. Wieso wirst du das mal? Wie hast du das? Jessie war ja lustig. Das war das alles. Was haben wir mit uns gesprochen, hat diese Gefühl in uns nicht zu erkennen, in die Sachen nicht zu denken. Ich glaube, es wäre auch sehr hart. Wie wirst du das so auf gehen? Wie wirst du das auf gehen? Was? Ich habe mal auf den Kopf, zu sehen? Ach, ihre Eltern wohnen oben? Ein Mädchen aus gutem Hause, also. Aber ich fahre mit Wedge hinten drauf. Nee, doch nicht. Oh Gott, ist jetzt das erste Minigame dran. Jetzt habe ich Angst. Das Schwert. Was macht der da? Die tragen nicht mal Helme. Was sind das für Vorbilder? Oh nein. 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 Das ist viel besser als früher. Au, okay. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Oh, oh. Wer ist Justin? Ach, das muss erst aufladen. Okay. So, noch jemand? Mein neuer Freund? Du meinst Jessys neuer Freund? Nochmal, das war cool. Oh, ist doch noch nicht vorbei. Hi. Und jetzt wisst ihr, wieso Klaus so ein großes Schwert hat. Damit er das hier machen kann. Ach, du meinst Klaus neuer Freund? Ja, das kann sein. Oh, hi. Hey. Oh, da ist er. What the fuck? Der ist ein bisschen übergeschnappt. Vielleicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aber, aber, aber blocken ist doch der eins. Oh Gott. 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 Das war's für heute. Das mit den Blitzen ist ein bisschen unfair. Ja, dude. Das sieht aus wie Dammit im Erwachsenen. Aber ich hab dich schon besiegt, Klaus. Ja, natürlich. Wo kam der Typ denn jetzt her? Ja. What the fuck? Ihr habt nicht geholfen. Aber doch gegen das alte Rennminigame war das schon irgendwie cooler. Ja. Nya Da haben sie einfach noch ein Best Girl reingeschrieben. Frech. Das war wild und laut. Motorräder in so einem Tunnel. Schön laut. Ich möchte übrigens noch mal wissen, wie sie glauben könnten, dass sie irgendwie in irgendeiner Art und Weise unauffällig wären. Ich meine, sehen diese vier für euch irgendwie unauffällig aus? Vor allen Dingen dieser junge Mann hier. Ach so? Oh, hätten wir einen Kuss bekommen, wenn ich mich gut angestellt hätte? Beichte, Lex. Beichte. Hätte sie mich geheiratet? Hätte sie mir ein Kind gemacht? Ja, dann zauber mal, Mädchen. Muss ich zaubern? Na gut. Einen Schalter umlegen. Der Wahnsinn. Hätte sie nicht? Oh. Vielleicht waren wir alle zu schlecht. Ich bin aber auch ein bisschen verwirrt. Also hier haben wir ja jetzt den Makro-Reaktor 1 in die Luft gesprengt. Aber ist das im Original nicht der fünfte? Oder ist es nur Sektor 5 gewesen? Ich bin verwirrt. Oh nein. Deshalb ist sie so verbissen. Verstehe ich schon. Ah, das kann sein, dass Sektor 5 der zweite Reaktor war. Wir müssen ja noch bei Aerith in die Kirche fallen. Stimmt, das kann sein. Ja, doch. Stimmt, sie wohnt ja in Sektor 5 in den Slums. Hast recht. Oh, guckt euch das an. Alter. Oh nein, dafür hätte es auch eine Trophy gegeben. Mist. Was? Ich bin seitdem, sie aus einem Tag. Schlafen und sobald vor. Sie sind immer vor allem für Muttgarten. Muttgarten. suche Fizzal, Muttgarten. Muttgarten. Jäßi-SES. Jäßi-SES. Sie können auch bei Herzen. Sie können auch bei der Nacht. Muttgarten. Sie können auch bei Herzen. Ich bin sehr gut. Wie geht's das? Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Warum? Wieso muss ich draußen bleiben? Wie so ein Hund. Dabei wollte ich gerade kritisieren, wie kacke der Mond aussieht. Wieso muss ich draußen bleiben? Cloud wird einfach wie so ein Hund draußen angebunden. Das ist voll mies. Ich habe sie hergefahren. Dann kriege ich nicht mal Pizza. Das ist nicht okay. Ach, klauen soll ich jetzt auch noch? Das wird ja aber besser. Katze! Naja, das Bix und Wedge, was wir am Laufen haben, ist ja jetzt nichts Neues. Sag mir nicht, dass man für die Trophy No-Hit machen muss. Das fände ich ein bisschen wild. Du-Di-Du-Di-Du-Di-Du. Ich bin ganz unauffällig. Ich bin nur ein streuender Hund. Schepper. Du-Di-Du. Ich muss doch die Frau mit meinem Leben beschützen. Da kann ich doch auf sowas keine Rücksicht nehmen. Oh, aber die haben voll das hübsche Haus. Leise klaut. Psst. Ja, so viel dazu. Der wacht jetzt bestimmt aus dem Koma auf. Einfach nur wegen mir. Ja, lass die Tür doch noch lauter ins Schloss fallen. Du-Di-Du-Di-Du. Ich war nie hier. Ja. Ach, überall die Bilder. Das ist voll süß und voll traurig. Guck mal, da unten sieht sie ein bisschen aus wie Sydney. Wird sein Puls schneller? Hey, Schwiegervater. Zumindest kann sie sich sicher sein, dass sie nicht adoptiert ist. Och, Manu. War wieder zu gut. Jetzt darf ich's nicht mehr lesen. Na gut, dann geh ich halt. Ob der auch eine Mako-Vergiftung hat? Ich hoffe nicht. Wir wissen ja, Shinra ist da nicht so zimperlich. Ich hätte ja gute Lust, einfach ins Wohnzimmer zu latschen. Aber ich will Jessys Auftrag auch nicht versauen. Kann man aber bestimmt machen, oder? Wer von euch hat's ausprobiert? Einfach mal so Hi, by the way. Bin auch noch da. Ja. Ja, blablos Theater. Ja, gut. Ja, gut. Ja, genau. Ja, genau. Ja, wir müssen uns noch nicht gehen. Ja? Ja? nicht? Ja, ich habe gesagt, Wetchi, essen. Ja, ich habe das. Ja, ich habe Wetchi, ist das? Wetchi? noch zwei. Wetchi! Ja, ich habe in der Krieg. Klar, kann ja noch ein bisschen länger warten. Aber tun wir das wirklich? Ich meine, er liegt im Koma. Als ob sie seine Karte nicht gesperrt haben. So in English. Ja, und die Motorräder lassen wir einfach stehen. Also... Natürlich. Ja, und die Motorräder sind. Dass sich die Mutter nicht wundert, nur das für Typen sie abhängen. Ich meine, wie Schauspieler sehen sie jetzt nicht gerade aus. Ihren Knarren. Ich habe es nicht gesagt, dass Sie sich das Schauspielern. Sie können sich das Schauspielern. Was ist das? Sie können sich das Schauspielern. Ich bin mir nicht interessiert. Sie sind. Oh! Sie sind die Schauspielerin. Wenn Sie die Schauspielern, dann kommen Sie hier. Ich bin der Schauspieler. Ja, das fühlt sich bisher sehr organisch ausgebaut an, muss ich schon sagen. Ist schon gut gemacht bisher. Retten wir Jessie. Aber bevor wir Jessie retten, muss ich ein ganz kurzes Häuschen machen, ihr wisst, wie das läuft. Stichwort Häuschen.